Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich habe mich jetzt gerade eben nochmal schlau gemacht, wo wir diesen Fisch herkriegen, explosiven Fisch. Und die Insel ist wahrscheinlich hier... Müsste eigentlich eins hiervon sein, oder? Oder, warte mal, ich schaue noch einmal selber jetzt nochmal nach, währenddessen. So. Braucht einen Moment. So, ich kriege auch noch erstmal schöne Werbung. Find ich auch super. So. Tropical Island, Karen Island, Shipwreck Island, Plane Crash Island und Desert Biome. Finden wir das? Und... Ja, ich glaube, das hier war das... Ne, nicht das hier war das wahrscheinlich. Wo... Jetzt habe ich die Nummer nicht gemerkt. Äh, 3158. 3158. 3158. Hä? Nee, das ist das Falsche. Wasagatan. 5293. Da müssen wir hin. Appala. 5. 2. Und dann war das... 9. 9. 3. Ach nee. So. Ja. Da müssen wir nochmal hin. Und können... Äh... Da brauchen wir alles noch. Das aber wegschmeißen. Und wir müssen noch was essen. Ganz wichtig, bevor wir los schippern, äh, oder rüber gehen, essen. Immerhin ist die Gesundheit wieder ein bisschen aufgestockt. Wir brauchen auch noch ein bisschen Wasser. Und hier nochmal. Was nehmen wir? Was essen wir? Komm, wir haben so viele Kokosnüsse. Wir fressen die Kokosnüsse. Bis wir drüben sind, auf jeden Fall. Schön, dass wir unter Wasser auch noch weiter essen. Das ist schon auf jeden Fall ein schönes Stück, was wir da gebaut haben. Okay, und Boris läuft uns jetzt erstmal noch nicht hinterher. Beziehungsweise... Was heißt läuft? Schwimmt. So, dann holen wir uns jetzt erstmal das ganze Holz. Okay, Gulliver ist noch nicht hinter uns her. Hat uns noch nicht im Visier, immerhin. So, und den hier noch. Wo ist ein Harrybert? Da hinten ist schon ein Harrybert. Hier, die Hühner wollen wir ja auch noch holen, irgendwie. Komm, hoch. Harrybert hat uns noch nicht im Visier, immerhin. Das wird sich jetzt jeden Moment ändern. Doch, dann können wir jetzt eben ganz schnell hier hoch. Komm, hoch. Gut, der hat uns nicht im Visier. Das heißt, wir haben ein bisschen Ruhe. Während wir hier alles abholzen. Und hier nochmal eine Höhle. Und hier nochmal eine Höhle. So, was können wir wegschmeißen? Das können wir wegschmeißen. Das, das. Und uns fehlt immer noch Schrott. Gut, ein Schrott brauchen wir. Ich glaube, wir finden hier jetzt in der Höhle eine Kiste, wo Schrott drin ist. Oder zwei Kisten. Und da ist Schrott bei gewesen. Nice. Dann haben wir jetzt wenigstens eine neue Metall-Axt. Da diese hier uns gleich kaputt gehen wird. Und das heißt, wir können gleich noch ein paar Nägel machen. So. Jetzt erstmal die Frage, gibt es da hinten noch Bäume, die wir übersehen haben? Ja, dahinten gibt es welche. Und wir gehen damit auch Harrybert aus dem Weg. Okay, komm. Jetzt die neue Axt. Das kann weg. Das packen wir mal hier hin. Das packen wir mal hier hin. Wir haben sogar noch zwei neue Gleichscheiben. Auch interessant. Okay, Gulliver hat uns noch nicht im Visier. Aber da fliegt er schon. Wird sich jetzt jeden Moment ändern. Gleich hat er uns im Visier. Gleich hat er uns entdeckt. Ja. Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Ganz kurz. Ganz kurz war der Glaube, der hat uns entdeckt. Und attackiert uns. Okay, jetzt hat er uns entdeckt. So, wo sind noch mehr Bäume zum Abholzen? Ich glaube nur noch oben, ne? Müssten nur noch oben sein. Hier müsste auch gleich, da hinten ist Harrybert. Okay, dann gehen wir hoch. Beziehungsweise hier entlang. Hier müssen... Ja, hier ist der Weg nach oben. Genau. Und jetzt wird Gulliver uns wieder angreifen. Da sucht sie schon seinen Stein, ne? Ach ne, hier ist ja noch ein Harrybert. Autsch. Ach ne. Harrybert, bitte. Autsch. Gibt es hier keinen weiteren Weg nach oben? Oder wo? Aua. Ja. Ach doch, hier. Okay. Hier geht es hoch. Hier kommt... Oh, jetzt kommt Gulliver. Wir haben noch weiter Rennen. Oh, toll. So, kommen die schwarzen Blumen nehmen wir auch mal wieder ein bisschen mit. Können wir gleich noch mal ein bisschen schwarze Farbe machen. Und unser Schiff auch ein bisschen dann anfangen, weiter zu färben. Autsch. Hat er nicht hier auch noch... Da hat er ne Kiste. So, wo ist Gulliver? Wir müssen jetzt gleich hier wieder... ...seinen Stein werfen. Oder auch nicht. Da ist er. Und da holt er seinen Stein. Komm. Hing... Wo? Ah, da. Jetzt braucht er wieder seine... ...Zeit, seinen Stein zu suchen. So, dann kann ich jetzt das wegschmeißen. Das. Das. Seile brauchen wir ja nicht mehr. Und das wegschmeißen. Hier ist ja noch eine Kiste. Vier Kisten gab es hier jetzt. Alter, wie viele Scharniere und Bolzen. Und ein Metallwaren. Komm, den nehmen wir auch noch. Autsch. So, dann das weg, das weg, das weg. Da müssen wir jetzt auch alle Bäume eingesammelt haben, die wir einsammeln können. Und auch alle tun. Ui, da kommt er schon wieder. So, und dahinten, da ist unser Schiff. Ja, komm, nicht ruckeln. Einfach runter. Ui, ui, ui. Nein, 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 nein. Jetzt. Ah, okay. Haben wir überlebt. Hat auch funktioniert. Okay, gut. Können wir hier auch so einfach runter? Okay. Hat funktioniert. So, dann können wir da rüber. Schwarze Farbe müsste auch erstmal reichen. Also Blumen, die wir jetzt eingesammelt haben. Wo ist Boris? Ja, da ist Boris. Autsch. Autsch. Äh, so. So, dann können wir wieder einlagern. Was haben wir hier zum Lagern? Drei Schrott. Hätten wir mehr nehmen können. Äh, Kokosnüsse haben wir sehr viele. Da muss nix rein. Mango machen wir jetzt mal voll. Komm, Kokosnüsse machen wir hierhin wieder. Die Pilze können wir hier reinpacken. Die Mangos essen wir gleich. Was können wir noch? Hier rein wahrscheinlich. Die Glasscheiben. Und ich habe eine Idee, die Ausrüstung packen wir erst einmal in die andere Truhe. Und dann haben wir hier noch die beiden. Diese hier. So. Und so. Dann haben wir hier noch die beiden. Dann können wir auch das hier hinpacken. Das hier rein. Und das hier rein. Und dann bolzen. Haben wir jetzt zehn Stück wieder. Immerhin. Und wir können noch mal Nägel machen. Ich hoffe, das wird reichen für das, was wir jetzt noch. 180 haben wir. Hier ist eine ordentliche Summe. Was wir jetzt haben hier. So. Und dann brauchen wir hier noch einen Halden. Perfekt. Das heißt, dass wir jetzt nur noch Boden bauen. Ich hoffe, das reicht, was wir hier haben. Ja, okay. Die Kiste da hinten. Schade, dass wir die jetzt nicht mehr kriegen. Und das, was wir hier haben, wird nicht reichen. Naja, egal. Und nächste, was wir machen werden, ist uns um das Licht kümmern. Dass wir hier ein paar Lampen haben. Und dass es hier ein bisschen beleuchteter ist. Das können wir eigentlich auch schon nach oben packen, oder? Würde ich sagen. Packen wir das eher hier hin? Äh, nein. Hier. Wie sieht das dann jetzt von unten aus? Okay, das passt so. Das kann so bleiben dann. So, wieder Palmenblätter. Toll. Aber das kann so bleiben, finde ich. Hier drinnen. Ist das dann auch mittig, was ich da jetzt gemacht habe? Eher weniger. Hier wäre die Mitte. Wie sieht das jetzt hier aus? Okay, neben der Tür. Passt noch. Ist nicht so schlimm. So, da kriegen wir jetzt noch ein paar Fässer. Dann schauen wir mal gleich, wie es unten aussieht, äh, mit dem ganzen, äh, hier, Schrott und so weiter, was im, ja, hier die Umweltverschmutzung. Wie viel wir eingesammelt haben. Und dann, in der nächsten Folge habe ich dann vorgehabt, also diese Folge jetzt nicht mehr, aber in der nächsten, äh, dass wir uns dann auf einer der älteren Story-Inseln nochmal auf den Weg machen. So, wir müssen auch wieder was trinken und essen. Warte mal, wir haben so viele Mangos. Essen wir die doch. So, dann können wir, genau, ah, die Farbe wollten wir noch machen. Steine machen wir hier rein. Metall, wenn wir eben noch hier einlagern, haben wir wieder 13. Immerhin. Oh, und wir haben noch mal. was für Nägel. Wo ich mir jetzt gerade denke, habe ich jetzt nicht ernsthaft gemacht. Brauchen wir nicht. Toll. Ich bin, ich bin Genius. Aber dann können wir das mal eben hier brutzeln. und noch mal und noch mal den Boden reinhauen oben. Oder warte, wir haben ja auf der Seite genau zwei Stück, wo wir halbe brauchen. Nee. und so. Und so. Und so. Ja, gefällt mir nicht so ganz, aber naja. Dann reisen nur noch da die zwei halbe und dann ist der Deck hier auch noch fertig. Dann reisen nur noch diese zwei hier und hier für die Segel. So, wo müssen wir eigentlich hin? Oh, wir sind genau drauf unterwegs. Okay. Optimal. Ah ja, wir wollten noch unten gucken, wie sieht's aus mit dem Müll. Müssten wir einiges eingesammelt haben. Hier, ja. Haben wir ordentlich was eingesammelt. So, dann können wir hier den hier machen. das Fass will ich haben. Den holen wir uns noch. Okay, das war jetzt anders als geplant. Ja, gefällt mir nicht ganz, was wir eingesammelt haben. Aber den holen wir uns. Oder? Passt das? Und nochmal? Komm. Ja, jetzt haben wir's. Weg damit, weg damit. Weg damit. Weg damit. Boah, aber das wird jetzt echt ein richtiges Schiff, was wir hier machen. So, wie weit noch? Okay, noch ein bisschen. So, die beiden holen wir uns auch noch, die da vorne sind. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir auch Erde unter so holen, dass wir hier dann so eine Art kleine Wiese drauf machen, damit wir die Tiere hier oben lagern können, sag ich jetzt mal so. Wie sieht das auch an, Tiere lagern. Aber wir müssen Tiere lagern. Dann haben wir hier keine Ahnung, wofür die Hühner gut sind. Ich glaube, vermutlich können die Eier legen, dass wir dann lecker Eier kriegen. Achso, den müssen wir auch mal nach oben holen. Ach, krass, das kann man auch so an die Wand hängen. Okay, das fand ich jetzt echt krass. Aber hier oben drauf können wir es nicht packen. Okay. Ist nice. So, Holz haben wir jetzt auch wieder. Ein bisschen was. so, dann sind wir noch 2, 4, 6, 8, 16, 24, nee, warte mal. 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30 mal 6. Also, wenn ich mich jetzt nicht gerechnet habe, wären das tatsächlich 180 Planken, die wir brauchen. Bin echt scheiß im Kopf rechnen. Da jetzt schon mal im Voraus. Kann auch sein, dass ich auch richtig liege. die Blumen wollen wir auch noch ernten eben. So, und Pflanzenwässer. So, wie weit isen das hier eigentlich? Fünf Stück sind drinne, nice. Hier geht's nicht hoch. und Steine nochmal nachlagern hier. So wie der Schrott kommt tief hier, dann packen wir hier hin. Wir haben 8 mal Erz, also Metallerz. Für hier haben wir aber auch nichts, was wir jetzt eigentlich machen können. Heilsalbe, Linnertschmerzen und Haltbunden. Also meinst du zum Kochen verwendet. Also Eier kriegen wir hier, okay, Titanbarren. Wo wir das auch nochmal herkriegen. Und Wolle werden wir noch brauchen. So. Und müssen wir jetzt auch wieder was Neues haben. Hier, ja. kommen erst mal weg und weg. So, was sagt Computer? Wie weit noch? 800 Meter. Ich frage mich aber dann, wie schnell sind wir, wenn wir mehrere davon haben. Werden wir wohl noch ein Weilchen brauchen müssen, also um rauszufinden. Und wir können noch einen bauen. Nice. Aber ich würde sagen, zu Ende bauen tun wir das hier. Hoppla. In der nächsten Folge. Das hier. Und sind dabei gleichzeitig auf dem Weg zur nächsten Insel, beziehungsweise zu einer alten Story-Insel. Und suchen uns da diesen explosiven Fisch, damit wir hier mehrere Patronen machen können für den hier in den Netzwerfer. Da brauchen wir Stein, Seil und explosives Pulver. Da hätte ich schon gern ein paar Schuss. Dann wir ein paar Hühner und ein paar von diesen Lamas hier holen können, damit wir die hier auch lagern können. Aber bevor wir die hier lagern, müssen wir hier auch erstmal alles mit Erde machen, damit die auch hier was zu fressen haben. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Ciao! ! Untertitelung des ZDF, 2020